Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um die No Mirror Make-up Challenge. Ihr wisst, dass ich mich, ja, also ich schmink mich so gut wie ich mich nie, also eigentlich, eigentlich gar nicht. Aber ich habe natürlich trotzdem so Schminkutensilien, halt wie das hier und das und noch so ein paar andere Sachen hier liegen. Und ich versuche mich jetzt ohne, ja, ohne in den Spiegel zu gucken, zu schminken. Und zum Beweis werde ich das auch kurz filmen. So. So. Ja, im Moment fange ich an. Am besten erst mal mit Make-up. Boah, damit muss ich richtig vorsichtig umgehen. Das ist nicht ziemlich dunkel. Ich versuche es jetzt einfach mal. Hoffentlich wird das was. Weil, ähm, also, wie gesagt, ich schmink mich, wenn dann überhaupt, nur vor dem Spiegel. Und Du Scheiße, das sieht schon scheiße aus. Okay, ich versuche das mal so gut wie möglich zu verschmieren auf meinem Gesicht. Mal gucken. Ja, das müsste, glaube ich, reichen. So viel will ich auch nicht verwenden. Ich habe wirklich nur so ein ganz bisschen genommen. Das ist übrigens von Rituals. Ähm, ja. Und den hier kennt ihr bestimmt noch von meinem Adventskalender. Dann habe ich meine Schwester bekommen, richtig süß. Okay, fertig. Also noch nicht fertig natürlich. Ähm, was habe ich denn hier noch alles? Oh mein Gott. Okay, machen wir erstmal Lippenstift. Damit bin ich auch Profi. Okay. Okay. Ich habe mich jetzt extra für einen Pinken entschieden. Ich habe das jetzt nicht zu dick aufgetragen. Und eigentlich mag ich eher Lippgloss. Ich weiß nicht, ich tue da einfach auch drauf. Guck mal, ob der schön aussieht. Aber der riecht voll gut. Der ist auch von Yustar, glaube ich. Ja. Yustar Glossy Lips. Der riecht nach Mauer am Sauer. Okay. Ich hoffe, ich habe es gut hinbekommen. Dann, ähm, da. So. Das Schlimmste wären die Auge, die habe ich mir zum Schluss aufgehoben. Okay. Ich weiß nicht, ich trage den nochmal so auf. Mal gucken. Scheiße, jetzt kommen die Augen. Ich will die Augen nicht schwenken. Okay. Was mache ich denn als erstes? Als erstes mein Lidscharm. Dafür habe ich extra so eine Eyeshadow-Platsche. Die habe ich auch fast nur gar nicht benutzt. Also das einzige, was ich benutzt habe, hier ist Old Rose. Weil das gut zu meiner Augenfarbe passt. Grün. Okay. Mal gucken. Ich habe auch keinen Plan, welche Farben ich nehmen kann. Ähm, keine Ahnung. Also, ich habe mal gelesen, dass zu grünen Augen so pink passt. Deswegen hatte ich mich auch für Old Rose entschieden. Weil das so, nicht so ganz pink, sondern so rosé ist. Ich hoffe, ich trage das jetzt gut auf. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Und sehe ich halt scheiße aus. Okay, mal gucken. Ein bisschen mehr. So. Ja, müsste reichen. Jetzt kommt das Schlimmste für mich. Mascara. Ne, eigentlich das zweitschlimmste. Mach ich erstmal gerne. Komm, ich mache erst Mascara. Weil. Kennt ihr da so eine Art, er hat den Mund auf. Irgendwie, wenn man Mascara drauf macht. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Ich kann den Mund nicht geschlossen halten. Dann kriege ich irgendeine Luft. Ist ja sowieso voll warm gerade hier. Äh. Okay, noch die andere Seite. Warte mal ein bisschen. Boah, ich kann das schon am Spiegel nicht gut. Und jetzt muss ich das auch noch ohne Spiegel machen, ey. Ich habe so noch mein Bestes. Okay. Jetzt kommt das Schlimmste für mich. Eyeliner. Den kann ich schon vom Spiegel nicht auftragen. Und jetzt müsste ich das ohne machen. Ich mache immer so Chinesen Augen. Und dann, ach scheiße. So. Okay. Das fühlt sich nicht gut an. Ich muss mal relativ weit unten zu bleiben. Oh, keine Ahnung. Okay, warte. Ich bin zu weit oben, glaube ich. Scheiße, hättest du ein Stück abgebrochen? Ich kann. Oh mein Gott. Okay, einfach durchziehen. Gut. Oh mein Gott. Ich will gar nicht wissen, wie ich aussehe. Okay, doch will ich. Gucken wir uns mal das Ergebnis an. Okay. Okay. Ja. Gar nicht mal so schlecht eigentlich. Obwohl, hier ist das so ein bisschen verschmiert und so. Aber im Großen und Ganzen. Ich habe den Lipgloss ja auch eigentlich ganz gut aufgetragen und den Lippenstift. Also bis auf den Eyeliner hier so ein bisschen. Den habe ich ein bisschen komisch aufgetragen. Aber ansonsten geht das ja eigentlich voll klar. Und passt auch irgendwie zu meinem Outfit. Sieht eigentlich voll süß aus. Sollte ich echt öfter mal rausgehen? Okay, jetzt nicht so ernst, aber... Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat und wenn ich noch so eine Challenge machen soll. Mir fällt jetzt gerade keine ein. Ihr könnt die unten in die Kommentare schreiben. Und wie euch mein Make-up gefällt. Ich bin jetzt kein Make-up-Profi. Ich habe keine Ahnung, wie man sowas aufträgt oder wie man das... Keine Ahnung, verblendet und was weiß ich alles. Also ich bin nicht so ganz normal. Halt Wimperntusche. Bisschen Rouge. Ich mache eigentlich noch nicht meinen Eyeliner drauf. Aber steht mir eigentlich ganz gut. Muss ich sagen. Sollte ich öfter mal machen. Okay, bis dann. Tschüss.